Hallo liebe Zuschauer, liebe Freunde. Ich wende mich heute an euch aus Anlass des Terrorgeschehens in Wien. Ich habe gestern schon in meinem Telegram-Kanal darauf hingewiesen, dass es nicht ganz bedenklich, bedenkenlos ist, diese Videos alle zu teilen. Es wird sicherlich nicht jeder ein Strafverfahren bekommen, aber insbesondere politisch aktive oder vor allem politisch rechtsstehende Personen sind schon eher gefährdet, einfach von Linken auch wieder denunziert zu werden. Es gibt da nun mal Straftatbestände, die man als politisch aktiver Mensch kennen sollte. Deswegen mache ich auch dieses Video, um euch einfach ein bisschen zu sensibilisieren für mögliche Gefahren. Das mache ich oft. Es gibt einfach viele Fallstricke, wenn man über Zeitgeschehen berichtet, indem man einfach Videos teilt. Wir alle sind in diversen WhatsApp- und Telegram-Gruppen und es ist schnell passiert, dass man auf Teilen klickt und auch ohne irgendeinen Kommentar man sich dann direkt wieder an Strafverfahren einhandelt. Wir schauen uns heute mal zwei Straftatbestände an. Könnt ihr einfach aufrufen bei Google. Das ist einmal die Gewaltdarstellung nach § 131 StGB. Googelt 131 StGB und könnt ihr euch noch öffnen, parallel dazu, 201a StGB, die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Auch das ist relevant. Bei der Gewaltdarstellung nach § 131 geht es, ja, das hört sich so ein bisschen kompliziert an, ist auch gar nicht so einfach, der Tatbestand. Mit Freiheitsstrafe wird man da bestraft bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Ist jetzt also wirklich nicht viel. Das sind kleinere Delikte sozusagen, aber natürlich trotzdem ärgerlich, wenn man da als Bürger dafür belangt werden soll. Eben so wird bestraft, wer mit einer Schrift, ja, das ist auch ein Video, was man postet, die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Weise schildert, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer, die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt. Ja, also möchte ich kurz darauf eingehen. Es leuchtet vielen erstmalig ein. Habe ich gestern auch Widerspruch erhalten in meiner Gruppe von wegen, ne, wieso, also warum soll das denn erfüllt sein? Es geht ja auch nicht um Verherrlichung. Wenn ich einfach ein Terrorgeschehen hier einfach wiedergebe, ja, ist trotzdem möglicherweise erfüllt, weil es geht auch nicht um Verherrlichung. Das ist eine Variante. Das betrifft zum Beispiel mehr so Gangster-Rapper, ne, also die hatten solche Verfahren, wenn da Gewalt einfach, ja, verherrlicht wird, ne, wenn da so Leute zusammengetreten werden, wenn man das so, ne, so positiv darstellt und man halt da so cool drüber rappt. Solche Leute hatten schon solche Verfahren. Aber was bei uns eher so relevant sein könnte, also die Gewaltdarstellung an sich, also wenn das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer, die Menschenwürde verletzenden Weise dargestellt wird, ja, das ist halt, kann man sich denken, natürlich ein Gummiparagraf, ja, also was soll das denn heißen, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise. Das ist auch mit dem, ja, strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot nicht so wirklich vereinbar eigentlich. Da weiß nämlich eigentlich niemand wirklich rechtssicher, also vor allem nicht ein rechtsunkundiger Bürger, was jetzt da gemeint ist. Die Vorschrift wird sowieso keiner kennen. Aber jedenfalls ist da nach der Kommentarliteratur entscheidend die Art und Weise der Darstellung der Gewalttätigkeiten, also wenn Menschen unter Missachtung ihres fundamentalen Wert- und Achtungsanspruchs zum bloßen Objekt degradiert werden. Naja, und auf den Gedanken kann man dann schon kommen, also wenn da einer in Wien einfach direkt erschossen wird vom Tschetschenen oder wem auch immer und dann liegt er halt da und windet sich, ist dem Tod nah. Und also da sind wir auf jeden Fall in einem Bereich, das ist möglicherweise tatbestandsmäßig. Es gehen ja auch ganz andere Bilder rum, kann man in dem Zusammenhang ja auch erwähnen. Hier sind jetzt überall Kriege, also Syrien, gab es viele Gewaltvideos, Folterszenen, sonst was. Sowas geht auch mal rum. Das ist ganz klar höchst bedenklich oder noch schlimmer. Am schlimmsten sind eigentlich die Videos aus Mexiko, Brasilien, Kartellkriege, Folterszenen. Also wer sowas postet, wie da ein Herz herausgeschnitten wird oder so bei lebendigem Leib. Das ist ganz klar. Also in einer, die Menschenwürde verletzenden Weise, diese Darstellung, können Sie mal davon ausgehen, erfüllt keinen weitergehenden Informationszweck. Also da geht es wirklich darum, Menschen einfach in einer degradierten Objektsform darzustellen. und da können Sie einfach davon ausgehen, da kommt dann auch ein Strafverfahren. Bei politisch aktiven Leuten ist halt zu bedenken, dass auch aus politischen Gründen einfach dann mal ein Verfahren eingeleitet wird, auch wenn es vielleicht wirklich nicht strafbar ist, diese Videos aus Wien zu posten. Aber man kann sich halt nicht sicher sein. Deswegen habe ich empfohlen, das einfach zu unterlassen, weil man nicht unbedingt einen Mehrwert davon hat. Wir wissen, dass da rumgeballert wurde und ja, wie das dann konkret aussieht, ist eigentlich zweitrangig, ja. Und dann kommt immer der Einwand, ja Moment, also das ist ja, dient doch einem Informationsbedürfnis, ja. Und das ist halt, ja, in dem Absatz 2 von Paragraf 131. Absatz 1 gilt nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. Ja, denkt man sich, ja klar, mache ich auch. Ich bin Blogger oder ich habe meinen Facebook-Account. Aber machen wir uns nichts vor, wenn die Bild-Zeitung so ein Video postet, wird kein Verfahren eingeleitet. Wenn Sie als Privatmann, als kleiner Aktivist, als IBELA, als AfD-Kreissprecher oder sowas, wenn Sie so ein Video posten, dann sehen das zahlreiche Antifa-Aktivisten, Angehörige der Grünen, der Linken, irgendwelche Stiftungen und Vereine, die nichts anderes machen, als einfach zu gucken, wer macht einen Fehler, wen können wir noch anzeigen und dann geht die Anzeige raus. Und dann sind Sie in Gottes Hand, in der Hand politischer auch Staatsanwaltschaften, politisch geführter Staatsanwaltschaften, eventuell auch Staatsanwaltschaften mit Spezialzuständigkeit, wie die in Karlsruhe für Cybercrime. Und da ist es nicht so klar, dass man Ihnen das durchgehen lässt als Berichterstattung, sondern da sind Sie eher im Bereich, der will doch Hetze betreiben, der will doch eigentlich gar nicht aufklären darüber, was in Wien geschehen ist, sondern der verfolgt doch ganz andere Zwecke. Es geht doch nicht um Berichterstattung, was da geschehen ist, sondern der will doch gegen Muslime hetzen. Das könnte ja der Vorwurf sein. Deswegen ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Sie da dann fein raus wären. So viel zur Gewaltdarstellung, 131 Strafgesetzbuch und was auch relevant ist, eben, ich habe schon erwähnt, Paragraf 201a Strafgesetzbuch, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Einfach nochmal aufrufen bei Google, 201a StGB und da wird bestraft mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Also nochmal ein bisschen schlimmer wie die Gewaltdarstellung oder mit Geldstrafe. Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder im geschützten Raum, das ist jetzt nicht das Problem, hier eher die zweite Nummer-Variante, wer eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Also auch da der Wiener, der in der Gasse soeben von dem Tschetschenen niedergeschossen wurde, der da jetzt halt einfach rumliegt und wo halt die Kamera jetzt vom Nachbarn draufhält, wie er sich da windet. Und da sind wir auch im tatbestandsmäßigen Bereich. Also da ist es ganz klar, der Tatbestand wohl erfüllt, das gilt. Der Tatbestand zielt natürlich auch auf Unfälle, auf Mobbing-Videos und sowas in Schulen und sowas. Das soll alles verhindert werden, erschwert werden. Aber es ist natürlich auch das Geschehen nach Terror-Akten mit umfasst. Verletzte Personen, die da in dieser hilflosen Lage eben dann gestreamt werden, das verletzt deren Persönlichkeitsrechte. Und wir haben dann natürlich wieder so eine Sozialadäquanz-Klausel, die ist da unten im Absatz 4. Könnt ihr aufschlagen? Nach Absatz 4. Die Absätze 1, Nummer 2, auch in Verbindung Nummer 3 und 4 gelten nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung überwiegender berechtigter Interessen erfolgen, namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken. Das ist ziemlich gleich wie bei dem Paragraf 86 StGB. 86 StGB kennen politisch aktive Mitbürger auch. Das ist die Strafbarkeit von Propagandamitteln, verfassungswidriger Organisationen, also insbesondere Hakenkreuz und solche Geschichten. Und wir wissen es, also die Linken verwenden auch ständig Hakenkreuze, aber das ist dann, oder Geschichtsbücher oder ARD und ZDF jede Nacht, wenn über das Dritte Reich berichtet wird, da gibt es halt die gleiche Sozialadequanzklausel wie eben in diesem neuen Paragraf 201a. Der 201a wurde 2015 genau zu diesem Zweck auch geändert. Und ja, also Sie dürfen natürlich dann berichten und ORF und wer auch immer auch diese Videos gestern schon über die Wiener Terrorakte gestreamt hat, können wir davon ausgehen, die werden nicht belangt. Wenn Sie das als einfacher Bürger Aktivist machen, können Sie dafür durchaus belangt werden. Deswegen hier mein Video, meine Warnung. Überlegt euch, ob ihr wirklich jedes dieser Videos teilen müsst, ob es einen Mehrwert hat, ob ihr euch strafrechtlicher Verfolgung aussetzen möchtet. Und ja, also ihr könnt euch natürlich auf diese Ausnahme im Absatz 4 berufen, dass ihr nur über das Zeitgeschehen berichtet. Aber ich sage euch, wenn ihr irgendwie auf der falschen politischen Seite steht, nämlich rechts, dann wird es nicht selbstverständlich sein, dass man euch diese Ausnahme gewährt. Also insofern seid da besser vorsichtig. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir dann auch schreiben auf Facebook, auf YouTube oder sonst wo. Dann dieses Video auch kommentieren. Geht auf meine Seite für Meinungsfreiheit. Da will ich dieses Video hochladen. Meinungsfreiheit-anwalt.de. Ja, so viel dazu. Grüße. Bis bald.